Das sind Sabrina und Nico. Die beiden verbringen ihr neuntes Schuljahr in der Polytechnischen Schule in Trofajach. Sabrina hat schon immer die Welt der Technik fasziniert. Deshalb kommt für sie auch nur ein technischer Lehrberuf in Frage. In den neuen modernen Werkstätten auf Berufsschulniveau wird Sabrina in der PTS Trofajach perfekt auf ihre Lehre vorbereitet. Sie hat Glück, denn als Fachkraft in den Bereichen Metall, Elektro oder Holztechnik weiß sie schon heute, dass sie eine optimale Zukunftsperspektive hat und mit Sicherheit einen Arbeitsplatz finden wird, der ihr Spaß macht. Nico hat mit dem Handwerk nicht so viel am Hut und möchte einen Beruf im Dienstleistungssektor ergreifen. Der abwechslungsreiche Unterricht macht Lust, auch einmal etwas Neues im Rahmen der drei berufspraktischen Wochen auszuprobieren. Zielgerichteter Unterricht und Unterstützung bei den Bewerbungen erleichtern den Einstieg ins Berufsleben. Die Trofajacher Partnerbetriebe unterstützen die Schüler der PTS mit ihrem Wissen aus der Praxis und die Jugendlichen werden bereits bei ihrer Bewerbung um einen Lehrplatz gefördert. Alle Schüler erhalten außerdem umfassende Informationen über Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation. Starte jetzt auch du deine Karriere in Trofajach. Fahr nicht fort, lern im Ort.